Heute checken wir mal Dick Johnsons Ghost Clay aus. Deine Vorteile? Ein sehr interessanter Duft und zwar riecht das Produkt nach Traubeminze, ein mattes Finish und ein flexibler und gleichzeitig solider Halt. Die Nachteile? Das Verteilen des Produktes in die Hände als auch in die Haare ist nicht ganz so easy und zum Auswaschen des Produktes aus den Haaren wird auf jeden Fall Shampoo benötigt.